Ich glaube, ich brauche heute Abend noch bis zum Feuerwerk, um vielleicht eine ordentliche Anfahrt drauf zu geben. Ich bin einfach nur überwältigt. Ich glaube, ich habe noch nie so gelitten, die letzten drei Kilometer. Es tut mir leid, dass ich auch vielleicht nicht eben das zurückgegeben habe, die mich hier so angefeuert haben, aber ich habe auch, glaube ich, nur die Hälfte gesehen. Also, wir stimmen noch mal einen dicken Applaus, dann wünschen wir noch mal ganz, ganz viel von der Auszeit vor dem Rennen. Noch mal einen dicken Applaus für die Sturmhäuser und machen direkt weiter mit den Sturmhäuser.